Boah, aber das würde ich echt mal gerne machen in Real Life. Einfach Glas kaputt. Einfach eine Fensterscheibe einschlagen. Hast du das schon mal gemacht? Kann ich nicht drüber reden. Aha. 1, 1, 0. Okay, weiter geht's mit der Uhr, Leute. Also irgendwie... Habe ich nie verstanden, das Item in Minecraft. Komplett unnötig. Ich auch nicht. Real Life. Ah! Nichts für Geringverdiener. Was haben wir denn da? Braucht man das alles? Nee, Digi. Habe ich es trotzdem gekauft? Joa, bereue ich das? Nö. Ne Rolex. Oesterperial Date. Deep Sea. Sea Devil. Oester. Hast du ne Rolex? Das ist ein Sea-Dweller. Hast du ne Rolex? Hast du ne Rolex? Nein. Geringverdiener. Oder intelligent. Können wir dann jetzt aufhören? War das Kartenfront an alle YouTuber, die ne Rolex haben? Leute, das war's noch dieses Video. Ich mache meine Facecam aus. Ciao. Oh, left down noch hoch. Na das...